Hallo ihr Lieben, hier aus dem wunderschönen herbstlichen Zielgelände der Start-Heft-Challenge Rot-Powered by HEPP. Eine wirklich tolle Nachricht, hat uns erhalten, hat uns extrem überrascht und wir haben uns wirklich, wirklich gefreut. Denn die Bayerische Staatsregierung zeichnet die Organisation zusammen natürlich mit unseren wahnsinnigen 7500 Helferinnen und Helfern, an den Gastfamilien, aber auch den gesamten Landkreis Rot als auch die Stadt Rot, stellvertretend für alle Gemeinden und Städte hier im Landkreis, aus mit dem Bayerischen Sportpreis. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Überraschung, die uns da ereilt hat und wir dürfen am Samstag nach München fahren. Dort wird das Ganze aufgezeichnet. Am kommenden Sonntag, dem 23. Oktober, wird es dann um 22.05 Uhr ausgestrahlt. Also schaut es euch gerne an. Wir freuen uns riesig. Ein ganz toller Preis und an dieser Stelle natürlich mein tief empfundenes Dankeschön an das Büro, an alle Wettkampfleiterinnen und Wettkampfleiter, an das Team vom Athletenservice, aber vor allen Dingen an die 7500 Helferinnen und Helfer sowie alle Ehrenamtler, die jedes Jahr so treu dazu beitragen, dass diese Veranstaltung auf dem Stand ist, wo sie jetzt ist, dass sie auch so wahrgenommen wird und dass das jetzt auch München so unterstreicht, freut uns ungemein.